Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Micmap mit dem Leo. Einer? Leo, was gibt's Neues? Erzähl mir mal ein bisschen was. Ähm, ja, tatsächlich habe ich gehört, dass du über meine Curseplay-Milchkurse gemeckert. Ja, wer denn? Äh, du hast das gemacht. Achso, ich, ja gut, das ist klar, ne? Äh, ähm, wieso machst du sowas, wenn ich sagen darf? Ja, es ist halt bestimmend, wenn man deine Videos anguckt, ne? Ja. Ich muss ganz kurz was machen, Moment. Ja, lass mal erstmal alle Curseplay-Fahrer wieder einstellen, ne? Ja, sonst habe ich ein kleines Problem. Sehr richtig. Dann ist es leider so, Moment mal. Der ist unterwegs, Abfahrer entlaschen, der bleibt ja stehen, so. So, was hast du gemacht? Du warst erstmal arbeitslos, ne? Dann fahr mal nicht zur Seite. Ähm, dann fällt halt auf, muss man einfach sagen, dass du relativ viel fluchst, erstens. Ja, das ist nicht normal. Achso, okay. Ähm, und das, du hast, weißt du nicht, die Strecken hast du irgendwie kompliziert angelegt, für meinen Geschmack? Ähm, ja. Weil es treffen sich bei dir sehr, sehr viele Fahrer, weil von geraden, gerade bist du weit weg eher so, ne? Von, von was? Von geraden Strecken einfahren. Von geraden Strecken? So, nicht auf einer komplett kerzengeraden Straße einfach geradeaus fahren, sondern du fährst so schlingelingeling, ne? Ja, das, das schwimmt. Ich weiß nicht warum, aber das schwimmt bei mir halt total. Schwimmt, okay. Hast du denn überall Frontgewichte dran? Ist das so eine Frage jetzt? Ich weiß, du weißt es nicht. Nee, ich glaube eher, das liegt am Lenkrad, dass das wirklich total super empfindlich ist. Und bei jeder Kleinigkeit halt sofort anfängt zu lenken. Achso. Weißt du? Ja, kann sein, natürlich. Ja, wir müssen mal vielleicht später mal gucken, wie du dein, ähm, dein, ähm, Kurs hast. Nee, nicht dein Kurs hast, dein, dein, ähm, Drive-Control eingestellt hast. Das können wir gerne machen, Leo. Weil, ähm, vielleicht ist da ja noch ein Trick drin. So, wer macht das? Oder auch nicht, ist mir nicht auch egal. So, ähm, ja, sonst gibt's noch irgendwas, was ich bemeckern wollte? Da gibt es viele, ne, aber da jetzt anfangen, das bringt ja auch nichts. Nee, das bringt nichts. Gut, Leo, dann wünsche ich dir viel Spaß. Jo, auch so. Äh, und viel Glück. Du wirst das brauchen. Das richtig. Tschüss. Ciao. Sound muted. So, liebe Leute von Ho-IT. Wie hat man denn dann Kurs hier genannt? Ich hasse das, ne? Dat, glaube ich, war der Kurs. Das ist ein Schaufelkurs. Einstellen. Du, glaube ich, kannst soweit weiterfahren. Na? Läuft. Ah, wir haben Wasser geholt, glaube ich. Richtig, Wasser haben wir geholt. Es ist tatsächlich so, dass ich die Folgen vom Leo alle geguckt habe jetzt. Ein paar habe ich ausgelassen, wegen keiner Zeit und so weiter, aber habe ich alle geguckt und es gibt ein paar Sachen, die er sehr gut macht, die ich mir auch aneignen werde, tatsächlich, aber ein paar Sachen, wo ich schon lange gesagt hätte, alter Schwede, nee. Aber das muss er selber wissen. Das möchte ich jetzt auch nicht sagen, was ich jetzt anders gemacht hätte. Weil sonst wird er das wahrscheinlich sehen und machen und das ist nicht so geil. Aber, ja. Das unterscheidet uns zwei Hübschen halt einfach teilweise. Was ich mir aneignen werde von ihm, ist wahrscheinlich so ein Wasserfass. Wenn das jetzt nicht Platz hätte hier, dann muss ich mir so einen großen Tank kaufen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Du bist tatsächlich voll. Guck an hier, du bist voll. Automatisch hinten. Nee. Da habe ich gar keinen großartigen Kurs gemacht. Mach einfach mal. Du fährst. Du wartest. Warum wartest du eigentlich? Was hast du gemacht? Komm mal gleich zu. Den Abstand lassen wir ein bisschen mehr. Der vertikale Abstand. Und, äh, dann läuft das auch. So, das läuft auch. Das läuft auch. Du musst hier weiter schwaden, tatsächlich. Äh, was? Das war Feld zwei, tatsächlich. Puh, wie habe ich denn das genannt? Äh, schwaden. Hier, nehmen wir doch das hier. Was hält ihr denn davon? Feldarbeit kannst du so weitermachen. Lüppt. Irgendwas hat durchdrehen, die Reifen. Das ist nicht so... Was machst du denn da? Mein Jung. Hast du kein Allrad? Ah doch. Allrad? Hat er. Achso, das Gewicht ist das Problem. Ah, jetzt. Ei, ei, ei. Jawohl, ganz klar. So, du fährst dann nochmal. Fahrer hinter Drescher. Läuft. Du kippst das ab. Ich wollte mal gucken, wie viel Mischrationen wir schon haben. Aua. Wie viel Mischrationen wir schon haben. Ähm, badam, badam. Wenn wir schon was haben. Ich weiß ja nicht. Ich muss das anmachen. Äh, 4500. Komm, die nehmen wir gleich mit. Bleibst du ganz kurz hier? Oh Gott, du kannst gleich weitermachen. Aber wir nehmen die Mischrationen mit, weil... Warum nicht? Wenn wir schon ein bisschen was haben. Geht das... Ah, geht hier rein. Sehr gut. Da war gerade ein bisschen Bedenken, aber geht hier rein. Ja, ich habe mir auch überlegt, wenn wir jetzt sehr viel Mischrationen hätten und das nicht bei den Kühen unterbringen, alles, können wir die Mischrationen verkaufen? Aber glaube ich nicht, ne? Also das wäre neu, dass man das verkaufen könnte. Aber ey, man kann ja mal testen, ne? Man kann es ja mal testen. Mir fällt immer noch ein Drescher, den ich noch nicht aktiviert habe. Da muss ich gleich mal nachgucken. Aber gut, das machen wir gleich. Zuerst in den Stall, erstmal die Mischrationen vorbeibringen, damit... Dann sollten die Kühe alles haben. Wasser habe ich gerade nachgefüllt. Ist da noch Wasser drin in dem Behälter? Oh, 3% ernsthaft. Die werden wir auskippen. Und dann werden wir gleich ein bisschen Milch von A nach B bringen. Du fährst ja nicht links, ne? Nein. Alter, ich habe gerade gedacht, der bewegt sich wieder. Okay. Läuft, läuft, läuft. So. Du kannst gleich wieder zu deiner gewohnten Position fahren. Aber zuerst eben noch ganz kurz, wie gesagt, Mischrationen vorbeibringen. Ähm, dann läuft das auch schon. So, hier rein. Wir müssen wieder mal ausmisten, sehe ich gerade. Aber wir müssen jetzt erstmal an Geld kommen. Tatsächlich habe ich ein, zwei Investitionen vor, die nicht ganz billig sind. So, jetzt, wir machen ganz kurz, ne? Ganz kurz, nur ganz kurz Vorspulen. Nur um zu sehen, ob das läuft alles. Mehr als 80er sind drin, glaube ich, oder? Tja, die haben doch alles. Na, mehr als 80er sind drin. Läuft. Okay. Ha, schade. Schade. Warum verstehe ich jetzt gerade echt nicht? Aber wir gucken mal hier rein. Was geht denn hier eigentlich los? Äh, hier. Kühe. Warte, 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 warte. Die haben doch alles. Und nur 80 Prozent? Verstehe ich nicht. Vielleicht dauert das aber auch ein bisschen. Das kann natürlich auch sein. Möchte ich jetzt nicht sagen, dass das schlecht wäre oder irgendwas. Kann sein, dass es einfach länger dauert. So, der Vierer ist der, der bei den Dreschern ist, glaube ich. So. Ihr zwei? Äh, das läuft einfach bei euch, ne? Immer wieder faszinierend, dass das auf einmal funktioniert. Tu was, dass was nicht hier mitgegeben war, okay? Können wir da noch ein bisschen? Können wir nicht, okay? Äh, ah. Das alte Problem. Äh, du solltest eigentlich ein bisschen weiter wegfahren. Seitlicher Abstand ein bisschen mehr. So. Dann läuft das eigentlich. Tatsächlich ist das dann so. So. Perfekt. 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 Der ist aber gleich wieder voll. Läuft. Oder läuft nicht. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ähm. Aber tatsächlich wird das gesamte Weizen dann in den Getreide-Trockner geworfen. Das werden wir einfach reinbauen. Jetzt haben wir 110 Prozent. Da wollte ich hin und das muss so bleiben. Das ist ganz wichtig, dass das so bleibt. 110 Prozent Produktivität. Dann haben wir den Leo schon mal etwas voraus. Weil er, glaube ich, ist noch nicht ganz bei 110 Prozent. Zumindest, was die letzte Aufnahme betroffen hat, war er, glaube ich, noch nicht bei 110 Prozent. Weil er kann ja noch so viele Kühe haben, wenn du, ne? Das ist eben der Faktor. Wenn du jetzt, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich habe halb so viele Kühe, dafür die doppelte Produktivität. Dann kommt das Gleiche raus. Ne? Da muss man einfach so sagen. Da kommt das Gleiche raus. Und ich weiß nicht, ob das der liebe Leo bedacht hat. Das, äh, weiß ich nicht. Aber ich will jetzt auch nicht schlecht reden, ne? Das tut, das, das macht man nicht. Also man macht das schon, hat die ja gesehen, aber, äh, eigentlich nicht. So, wir fließen hier drin. Oh, das ist noch gar nichts drin hier. Läuft aber, oder? Ja, läuft. Hat alles, was das braucht. Löppt. Hatten wir nicht auch mal einen, eine, äh, Saatgutherstellungsgedöns, irgendwas? Ne? Das ist, was ich meine. Warum machst du denn die Plane nicht auf? Manuel, mach sie weg. Wie waren die Plane? Taste 16. Moment. So. Na, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber, äh, ich möchte es nicht schimpfen, weil es läuft einigermaßen. So. Okay, okay, okay. Das Einzige, was wir ein bisschen problematisch momentan haben, sind diese Sachen mit dem, ähm, lass ich mal ganz kurz was gucken. Ja, hier steht schon noch einiges, ne? Eben, ich weiß jetzt nicht mehr, was wir letztes Mal, ich weiß schon ungefähr noch, aber nicht mehr so hundertprozentig. Deswegen werden wir jetzt einfach da hier einen Kurs kopieren, zack. Kurs kopieren. Brauche ich gar nicht, weil ich einfach einen Gesamtkurs nehme. Komplettkurs heißt das Ganze bei mir. Den hier zum Beispiel. Und da sagen wir jetzt einfach Big X, Krone, yes, genau, das ist richtig. Aber ich wollte ja noch was verkaufen, ne? Weiß ich nicht. Doch, eigentlich wollte ich was verkaufen. Ja, so, Moment mal, jetzt machen wir das anders. Wir werden dem jetzt einfach, äh, äh, schwierig. Solange, es müsste eigentlich, ne, das ist Quatsch, was ich jetzt machen wollte. Es müsste jemand anfangen, so ist es, es müsste jetzt jemand anfangen, hier, ähm, das Getreide, also Stroh zu sammeln. Das ist ganz wichtig. Damit wir hier schnell wieder Gedöns drauf bekommen, damit das schon wachsen kann. Ob das andere jetzt 10 Minuten schneller, äh, im Silo ist oder nicht, ist mir eigentlich egal. So. Das heißt, ich bin genau falsch gefahren. Läuft bei mir. Das muss eigentlich hier, ja, ich weiß, einfach verboten, aber das nehmen wir jetzt immer nicht so genau, ne? Hier ist die Kartoffelwaschlage, guck an, ich hab doch gewusst, ich hab irgendwo noch eine stehen sehen. So, wir bekommen momentan ganz gut Weizen rein, ne? Sehr gut. So, okay, das heißt, der kann jetzt wieder los, temporär Kurs, ja, der ist so, ne? Äh, ich fahre nicht durch die Hecke. Das hätte ich vielleicht vor ein paar Folgen noch gemacht, aber mittlerweile ist mir das egal. Das ist mir wirklich egal, weil mir macht das einfach so viel Spaß momentan, so viel zu spielen. Ähm, deswegen ist mir das egal. Mir ist es mittlerweile auch egal, ob ich gewinne oder verliere. Gut, ich. Vielleicht hört sich das nicht immer so an, aber es ist mir mittlerweile wirklich egal, weil es einfach mega Spaß macht. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Bist du voll? Hier, du bist nicht voll. Moment, 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 Moment. Habe ich das gerade richtig gesehen? Stopp, 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 stopp. Der hat den falschen Kurs drin. Ja, ha, ich weiß auch, woran es liegt. Komplett, Mais, Feld 64, Silo 2. Er müsste aber in Silo 1 fahren. Darum geht's. Okay, das machen wir jetzt gleich. Ha, du, dass ich das gesehen habe. Sonst wäre der noch 5000 Mal hin und her gefahren und keiner hätte es gemerkt. Keiner hätte es gemerkt, ne? Weil du musst nämlich hier rein, lieber Kollege, in Silo 1. Das ist ja das, ne? Wenn der Hanomark dann fertig ist mit dem Aufladen, kann er gleich wieder verdichten hier. So, der Kurs kann weg. Wir bauen uns jetzt einen neuen tatsächlich. Der müsste von oben aber anfangen. Wir fahren mal langsam hoch. Und zwar ist das der Kurs, der von der... Wir fahren mal hoch zu 64, ne? 64 zu 59. Das ist richtig. Dann haben wir 59 zu NE. Das ist auch richtig. Dann haben wir NE. Meine Maus, ich muss unbedingt eine neue Maus kaufen. NE. Ah, NE, Silo 1, 2HM. Läuft. Dann brauchen wir HM zu... Ah, da war es gerade. HM zu 59 und 59 zu 64. So, da müsste jetzt alles bei sein. Und dann, genau. Der ist aktiviert. Der fährt durch den ersten Silo. Richtig. Läuft. Wir speichern das ab. Komplettkurs... Komplettkurs... Yes. Sehr gut. Du kannst es abfahren. Äh, du solltest... Ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, du hast Kompost gefahren, aber Kompost haben wir keinen mehr. Es wäre mir ehrlich gesagt lieber, wenn du jetzt schon anfängst, mit dem Ladewagen Stroh zu sammeln, weil das einfach... Rohmilch ist leer. Oh, da müssen wir gucken. Wir müssen uns auch über kurz oder lang jetzt eine Strecke zum Haarmilchverkauf machen. Äh, wobei ich nicht weiß, ob ich die Milch nicht sammle wie der Leo. Also, das lasse ich mir jetzt erstmal offen, weil ich weiß es einfach noch nicht. Was ich auf alle Fälle sagen darf, glaube ich, dass ich die Anhänger schöner hinstelle als wie der Leo. Ja, weil der Leo lässt sich einfach irgendwo wild in der Wallachai rumstehen. Das ist nicht so geil. Aber, äh, das ist ein anderes Thema. So. Automatisch brauchen wir eigentlich nicht, weil wir brauchen nur, nur unter Anführungszeichen, den Schwaden, den Kurs brauchen wir einfach. Und dann bräuchten wir noch einen Kurs. Ähm. Ja. Eigentlich bräuchten wir jetzt nur einen Kurs. Moment mal, den setze ich jetzt neu an. Den setze ich jetzt neu an hier. Weil dann machen wir das jetzt einmal und dann ist es fertig feierabend. Und zwar, der geht ungefähr hier weg. Das wird der Kurs 1, 2 zu NE. Ne, Feld 1, 2 zu NE. Der ist wichtig. Und dann machen wir noch einen Kurs von HE. War das HE? Mein Kontrolle liegt gerade drauf. Ne, HM zu, äh, Feld 1, 2. Ne? Das ist nur, ich glaube, ihr wisst warum. So. Zack. Speichern. F, 1 plus 2. Zu, zu, NE. Speichern. Weg. Ich erkläre euch gleich, warum. Ganz, geht mir in ein, zwei Sekunden und dann mache ich euch das fertig. Und dann, wenn das in einigermaßen läuft, dann läuft das durch. Sag ich euch jetzt mal so, weil, äh, das eigentlich ein Kurs ist, den wir jetzt einmal machen und dann läuft das. Ich hab das nicht beim Leo gesehen. Der Leo hat sich geweigert oder, weiß ich nicht, geweigert ist das falsche Wort. Und dann hat er gesehen, er möchte jetzt, jetzt auf der Stelle diesen Kurs nicht machen, der den eigentlich gebraucht hätte. Und dann hat er sofort die Gewitterung dafür bekommen. Das heißt, er hat einfach nicht, er hat es nicht mehr geschafft, weiterzumachen, weil er nur auf den einen Kurs oder auf die eine Arbeit fixiert war. H, M, zu, F, 1 plus 2. Speichern. So, liebe Leute, jetzt machen wir einen Kurs, den habt ihr noch nicht gesehen. Schwaden. Das ist der Kurs, ne? Der ist schon mal nicht schlecht. So, und wenn er voll ist, ne, dann geht's los. Dann müssen wir nämlich einen Kurs machen, oder einen, äh, Gedöns von F1 zu NE. Äh, dann muss ich kurz gucken. Dann muss ich kurz gucken. Ich weiß nicht mehr genau. Okay. Dann brauchen wir einen Kurs von... Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Okay, dann brauchen wir noch einen berühmten NE zu HM-Kurs, damit er einmal die Runde fährt. Dann brauchen wir den Kurs... Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich würde gerne den Mischstation-Kurs nehmen. Zack. Und dann brauchen wir den Kurs von NE zu HM. nochmal. Ich hoffe, das schafft er. Und dann brauchen wir HM zu... Feld 1, 2. Zack. Das müsste funktionieren. Feldarbeit. Äh, viel Spaß. Ich sage jetzt nur, es müsste funktionieren. Ich kann nicht garantieren dafür, es müsste funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Ich bin echt froh, wenn die Dresche hier fertig sind, weil... Das ist nicht so geil. Aber wir gucken uns das an, ob das wirklich funktioniert. Da bin ich halt gespannt. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Also ich bin momentan sehr zufrieden. Ich nehme mal jetzt einen Schluck Wasser. Wasser, ne? Weil... Das muss sein. Alter, ich werde das so voll ballern, die Kühe, ne? Das ist krass. Wenn wir dann den Tag vorspulen, den wir noch gut haben, ne? Nicht vergessen. Wenn wir noch einen Tag gut... Dann wird da sowas von HM reingeballert. Das glaubt ihr nicht. Ich hasse es doch viel. Aber du bekommst sofort die Quitte dafür, wenn du hier doof warst. Weil... Äh... Natürlich hier Furchtzerstörung an ist. Und das ist gar nicht so geil. So. Den lassen wir uns auch nochmal schön voll machen. Äh... Den kann ich eigentlich auch einen Kurs geben, ne? Theoretisch, praktisch kann ich denen noch einen Kurs geben. Und zwar... Äh... Zu NE. Genau. Dann bekommt er noch einen... Wahrscheinlich NE zu HM. Das ist richtig. Und dann brauchen wir einen HM. Äh... Zu Abla... Zu Lager, richtig? Ich weiß noch nicht, wie weit der geht. Das ist mein Problem. Das können wir so machen. Ja, und sag mir, wenn du da unterwegs bist oder da bist. Weil dann kann ich mir das angucken. Gut. Ihr zwei macht das noch, ne? Läuft bei euch. Du machst das auch. Sehr gut. Du machst das auch. Hey, das läuft richtig gut momentan. Aber das darf man nicht sagen, weil dann läuft wieder irgendwas komplett Kacke. So. Du kannst jetzt mit deiner Milch hier... Also mit deinem Gedöns hier, ne? Ja, weiß ich doch. Lass es raus. So. Haben wir einfach mal weggeschüttet das Wasser. Braucht kein Mensch. Äh... Das heißt, wir merken uns ungefähr, wenn komplett leer ist, eine Fuhre, dann läuft das. Gut, aber wir sind für heute schon wieder fertig. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der MicMap. Habt noch einen schönen Tag. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.